so da sind wir wieder zu einer weiteren folge ich bin schon mal noch hier und gelaufen wir wollten ja etwas spaß haben ja ja wir werden uns jetzt um die ecke kümmern die ein bisschen spaßen und ich habe schon mal ein paar stärker waffen geholt ich denke mal das ist ganz sinnig yep yep ja das sind mir schon mal sehr gut ja 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 Gut. So, das hat schon mal ein bisschen die Tung, die Tung. Ist jetzt aber erstmal nicht so schlimm. So, das sollte mir erstmal ausreichen. Ja, und wir machen das ja, weil wir Kupfermangel haben und wir uns endlich mal hier ausdehnen müssen. Ich hole am besten mal noch unser Krampfhaus. Hallo, ihr sehr vielen Robis. Ja, ich lasse hier gerade noch mal ein bisschen was auf Reserve hinpacken. Wie viel haben wir genügend, würde ich mal behaupten. Jetzt noch ein paar Eisenplatten mit. Stahl kann ich mir gerade hier nur so rausziehen, also muss das passen. Um. Wir haben einen großen Geschütz. Wie ihr seht, wir haben echt Kupfermangel. Und hier das Plastik nicht mehr und zu leiden hat echt Entspannung für die Logistik gebracht. Was schon echt wichtig. 40, denke ich mal, sollten reichen. Ich bin auch nicht auf Atomwaffen in meiner Basis, das ist sehr gut. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Immer schön weg mit dem Scheiß. Das war's für heute. Ich weiß nicht, ich hätte gerne lieber diese Raketen. Ich habe aufgehört zu schießen. Genau. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht. groß werden jetzt wohl noch die angriffe sein ich denke mal nicht so riesig ich Wischen wir hier noch die letzten Reste weg, würde ich sagen. Und dann können wir uns ja schön an die Mauerbaum machen. In der nächsten Folge. Okay, damit hätten wir dieses Gebietchen abgedeckt. Und allen kleinen Scheiß ist jetzt weg. Und ich sehe, da haben wir doch Probleme. Nein, doch nicht. Es sah nur so aus. Gut. 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 ja dann würde ich sagen verabschiede ich mich aus dieser folge und in der nächsten folge fangen wir dann an die mauern hier fertig zu bauen also ist das fertig anfangen zu bauen und fertig zu bauen also dann bis zum nächsten mal